Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Denkfabrik Erfolgreicher Leben durch produktive Gedanken. Das heutige Thema ist das Buch von Yannis Varoufakis und zwar Time for Change, wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre. Und ich habe das Buch sehr spannend gefunden. Es wurde auch kontrovers diskutiert, insbesondere von einem gewissen Thomas Geissen, der in verschiedenen Medien einen Artikel veröffentlicht hat. Einen sehr, sehr aggressiven und, ja, wenig objektiven Artikel meiner Meinung nach. Aber kommen wir zuerst, auf diesen Artikel werde ich auch eingehen, aber kommen wir zuerst zu meiner Buchvorstellung oder zu meiner Rezension sozusagen. Diese könnt ihr auch auf Lovely Books nachlesen. Warum habe ich mir dieses Buch gekauft? Diese Argumentation von Varoufakis bei einer Podiumsdiskussion hat mich fasziniert. Der ehemalige Finanzminister wirkte authentisch und zeigte auch Fehler des eigenen, des griechischen Systems auf. Auf die Anmerkungen anderer Personen ging er kooperativ und reflektiert ein. Mit gewissen Sympathien kaufte ich also das Buch. Die Rezension verfolgt eine objektive Darstellung. Zum Inhalt. Das Buch liest sich wie ein Kurzskript zur Einführung in die Volkswirtschaftslehre, aber mit weitaus mehr kritischen Gedanken. So beschäftigt sich Varoufakis anfangs mit der Frage, warum gibt es Ungleichheit und baut auf diesem Fundament sein Buch auf. Er erklärt den Tauschhandel bzw. Geld, das Streben nach Gewinn, die Kreditvergabe und taucht narrativ und damit wesentlich interessanter als die 0815 VWL Vorlesungen in die Wirtschaftstheorie ein. Der Unterschied zwischen Lebenswert und Tauschwert ist dem Autor besonders wichtig, was den Ökonomen sympathisch macht, aber bzw. und seine politische Orientiertheit zum linken Spektrum etwas hervorscheinen lässt. Zusätzlich grenzt er sich durch klare Aussagen zur Arbeitslosigkeit, beispielsweise nur, von den Neoklassikern ab. Schlussendlich gibt es einen Seitenhieb gegen die eigene Zunft, den Wirtschaftswissenschaftlern. Die Wissenschaft dahinter nennt er Astrologie. Eine Prise Humor sozusagen zum Schluss. Diese Kritik passt zu den öffentlichen Auftreten von Varoufakis. Besonders gut gefallen mir die nach jedem Kapitel abschließenden Zusammenfassungen, die das Wichtigste des Textes noch einmal für den Leser aufbereiten. Der Schreibstil und die historische Argumentation ähnelt sehr stark Adam Smith in Der Wohlstand der Nationen, was mir gut gefallen hat, da Beispiele immer wieder seine Argumentation verdeutlichen und teilweise direkt damit in Verbindung stehen. Kritik muss aber genau bei der historischen Argumentation geäußert werden. Die Fakten sind zwar anschaulich präsentiert und deshalb simplifiziert, könnten aber bei genauerer Nachprüfung bemängelt werden. Auch als Erfinder der Dampfmaschine benennt der Autor nicht Newcomen, sondern fälschlicherweise Watt. Mein Fazit. Ein schlaues Buch von einem schlauen Menschen. Wer die gegenwärtige Wirtschaft und die Geschichte dahinter in ihren Grundzügen verstehen will, ist hier richtig. Fast ohne Fachthermenie werden Wirtschaftswissen und gleichzeitig die Schwächen des Gesamtsystems vermittelt. Varoufakis zeigt die Argumentationsschwächen von Wirtschaftswissenschaftlern auf, plädiert für mehr Menschlichkeit und geht auf weitere Sachverhalte ein, die du selbst in dem Buch nachlesen kannst. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Das war also mein Review, meine Rezension zum Buch. Und dann kommen wir zu der Rezension von Geissen, glaube ich heißt der Autor, der Redakteur sozusagen. Und bitte lest euch diesen Artikel durch. Es ist wirklich, ja, meiner Meinung nach extrem traurig, dass Varoufakis so kritisiert wird. Und speziell wenn man sich den Artikel durchliest, achtet er einfach genau auf die Begriffe, die verwendet werden. Allein die Begriffe suggerieren, dass man es mit einem Menschen zu tun hat, der, ja, ein Spinner ist und keine Ahnung hat sozusagen. Also es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und interessanterweise hat Varoufakis genau das kritisiert auf einer Diskussion in Deutschland. Er hat kritisiert, dass die Medien sich praktisch zerfleischen oder die Personen zum Beispiel ihn zerfleischen und Europa so im Prinzip auseinander dividieren, weil keine Diskussion zugelassen wird. Und dieser Autor macht genau dasselbe wieder. Und ich habe mir jetzt noch eine Stelle herausgesucht, weil dieser Autor anscheinend nicht einmal richtig zitieren kann. Ich muss schnell suchen, wo ich das gefunden habe. Genau, da ist diese Passage. Kurz nur schimmern im Buch mögliche Reaktionen auf das griechische Dilemma durch. Zitat Und wenn auf den Crash eine Krisenzeit folgt, eine Zeit der mageren Kühe, hat die Erhöhung der Staatsschulden eine therapeutische Funktion, denn sie bringt Bewegung in die lahmende Wirtschaft. Erstens ist bei dem Zitat etwas falsch, weil es falsch zitiert worden ist. Denn es heißt, denn sie bringt eine gewisse Bewegung in die lahmende Wirtschaft. Dann geht es weiter. Wenn das nicht gelingt, kommt eben der Schuldenschnitt. Und jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant, weil ein Zitat suggeriert wird. Es heißt nämlich, Anführungszeichen unten, Schluss und Ende. Anführungszeichen oben. Was ein Zitat darstellt, das aber so im Buch nie erwähnt wird. Also hier suggeriert praktisch der Autor, dass Varoufakis das geschrieben hat. Und wie gesagt, ich finde es einfach nur traurig, dass man über sein Buch nicht objektiv schreibt. Und was natürlich klar ist, ist, dass man natürlich Kritik äußern kann und Kritik äußern sollte. Aber in einer Form, dass es auch passt und die Argumentation stimmt und vor allem die Schreibweise stimmt. Denn wie gesagt, ich kann es wirklich nochmal wiederholen. Lest euch den Artikel durch und achtet genau auf die verwendeten Begriffe, Wendungen. Und ihr werdet euch in einer Position oder zu einer Position hingeleitet sehen, in der ihr Varoufakis als Unwissenden wahrnehmt. Und also wie gesagt, es ist sehr, 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 sehr schade. Trotzdem von mir eine Kaufempfehlung, auch wenn man selbst jetzt zum Beispiel kompletter Neoliberaler ist oder Kapitalist. Denn es ist doch immer wieder toll, meiner Meinung nach, wenn man die Argumentation der Gegner sozusagen mit den eigenen Argumenten vergleichen kann. Und dann, und das ist, glaube ich, die Kunst, bewertet, objektiv bewertet, ob die eigene Argumentation, die eigene Einstellung vielleicht richtig ist. Seht euch das Buch an, lest euch den Artikel durch von Thomas Geissen und bewertet objektiv und wertfrei. In diesem Sinne, heute ist ja der 23. Dezember 2015. Ich wünsche schon einmal frohe Weihnachten und ein gutes, ruhiges Fest. In diesem Sinne, bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.